Hallo, Aufnahme wurde begonnen. Ich gehe in Tivaro, weil ich wollte die ganze Zeit so niemanden jetzt snipen, deswegen habe ich gestern nicht gespielt, weil ich dachte, dass der Maid von Lenny vielleicht nur wie Spawn steht oder so, weil die gefeiert haben. Aber irgendwie war er da nicht. Deswegen habe ich so kaltes mehr zu warten. Wozu ficken ich hin? Ich muss hier lang, ich bin ja kurz verschlafen. Ja, das ist richtig. Jetzt gehe ich halt einfach weiter fahren. Ich fahre jetzt einfach meine Sparrowstunde. Ich glaube, das wurde von Finnick hingezogen. Ja. Das hat man gesehen. Das hat man gesehen, ja. Das war Letox.eu. Gutes Server. Warum lebe ich jetzt? Egal. Ich denke, die ganze Zeit, irgendwer steht hinter mir. Vielleicht ist es auch einfach nur Fisch ist fair, das entflohen ist. Ja. Genau, ich bilde mir die ganze Zeit so einen Schatten rein, die neben mir. Jetzt wäre es lustig, wenn die mit Strikes hier ist, Jordan. Es gibt also zwei Leute, die haben so Strikes. Jetzt. Ja. Vanille. Die. Habe ich erst den Menschen dabei. Ja. Ich muss nicht nochmal irgendwo hin. ich weiß nicht soll ich mir schon 15 ich werde versuchen schafft zu machen mit büchern ich bin ein ganz schöner tank, was du? tank for wars, world of tanks dass du auch ein ganz schöner tank bist nein, ich habe daran gedacht, das kannst du nicht sagen ich weiß es ja ganz ganz gewaltiger tank jetzt hast du es so unnötig übertrieben übertrieben habe ich gar nichts glaube ich nicht schon ordentlich ja, aber wir wissen, wer es ordentlich übertrieben hat beim Teller hat ein bisschen viel aufgeladen aber das ist ja in Ordnung manche Leute sind halt ein bisschen füllig manche auch ein bisschen mehr sehr füllig wenn ich wissen will, wer denkt, wer denkt, wer denkt, wer denkt denn Lukas die full P2 SPR ist halt nicht gut ich habe euch noch ein scharpo dann werde ich fertig mit scharf büchern was bekomme ich jetzt ja dann köpfe ich jetzt ein paar bücher jetzt kann das irgendwie so viele form vom final auf jeden sprang ich habe auch vier folgen jetzt um auf jeden fall für spiel zu fahren meinst du shop 4 am ende oder also ich habe hier sehr schöpfen sehr wichtig oder wichtiger als russi spare p4 ist wichtig also keine ahnung ich würde es mir vorher der spare ab mal machen okay machen wir also jetzt komplett aus shop 5 gehen erst mal ja ok dann mache ich wieder aus shop und dann mache ich durch shop 5 das ist 5 level form dann ab 10 level und dann wahrscheinlich 1 20 ich weiß ich glaube das richtig folgen noch hin bis die hälfte von es kommt es kommt es kommt und es kommt ja drei teamhills ein hätte ich gern noch nicht ehrlich viel jetzt mache ich halt nicht mehr im topkirch zu werden das geld ich mich mal abschminken aber ich werde echt die 20 euro für zweiter 25 euro wenn schon schreckhaft das wäre heftig jeder bekommt ein fieberpack von uns so ein scheiß fieberpack aber nur dann kann ich ja schon ganz rein 19 level da kann sich einer wischung aufklaufen das so für schon bezahlen hallo Das Säge spioniert uns jetzt, ist ja krass. Das fützt du auf, jetzt? Vubil 4, schaff hier. Machst du die Schaff 5? Bin dabei, ja. Ah, okay. Schaff hier die Folge noch. Dann mach ich den nächsten Folgen-Spaar. Und feite nicht mehr. Das Gute ist, dass meine Mann-Rüstung eh gekommen ist, dann schluss. Ja, manchmal frage ich mich, was ich ohne Theo anstellen würde. Ist ja ein anderes. Ja. Ja, manchmal frage ich mich, warum Lucky Josh das ab Varou nicht gewonnen hat. Welches Varou? Tivaro. Äh... Kannst du ja bis heute nicht erklären. Uff, Varou. Oh, ja, ach so. Äh, ja. Lukas und Rumba waren heute schlittet, ne? Ja, also ich kann mal kein Call zurück, dass wir auf die treffen werden. Ich hab meine Maske bis jetzt nicht mal hochgeladen. Äh, pff. Ja. Muss ich noch machen. Du bist ja so krass zuvor, auf ihr ja krass. Musst du ein Häppchen machen. Mhm. An einem Tag 10% am anderen 20%. Hallo. Gut, der Call eigentlich. Digga, diese Bug-Flanken mit Illusion sind so geil. Ich hätte auch so gern Lust, Juno. Das kommt doch jetzt jeden Neuer. Ja. Ja, den werd ich halt nicht ziehen, weil... Obwohl, ich hab den nicht gezogen. Kann man den anderen dann noch ziehen, ja, ne? Ja, normalen kannst du dann... Also kannst du halt ziehen, wenn der andere wieder raus ist halt, aus den Picks. Aber halt einen Picks und so kannst du den ziehen. Ich hab meinen Highlight... Ich hab meinen Highlight als ein fischiger Charakter. Was? Ich hab meinen Highlight als ein fischiger Charakter. Ähm... Ja. Okay. Dein Highlight war kacke. Job bei Logi war schon bei seinem Highlight war cool. Geil. Hab nen Turken zum Quitten gebraucht mit 52. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ey, vor allem, ne? Dieser Politano, der raus ist, ne? Der... Die haben 6-1 irgendwie geführt vorhin. Ja, ja. Und der hat zwei Vorlagen gemacht. Ja, nach zwei Spielen dann die sieben Tore. Ich hab den. Glaub ich. Ja, ja, ich auch. Du könnt 4-0 so auf 9-0, also könnt ihr halt 4-0 gehen. Ich werde beschlossen von deinem Grundzone. Aber ich brauch halt recht zu meinem Play. Rechts hab ich zahle große. Wer spielst du links? Äh... P-Ress, Thunderstruck Alken mit Curve Ball Plus. Misch mit dem Zentrum? P-Ress, Winter, White Curve. Und... P-Ress raus. Was? Ich sag P-Ress raus. Ich weiß nicht, die geht. Ja, klar, musst du ja wissen. Dann spielst du. Ja, das ist halt schon der P-Ress. Ja, das ist halt schon der P-Ress. So. Ich kann irgendeinen Leo noch. Schaff 5. Schaff 5. Und meine Sound-Termilität so laut? Weiß ich nicht, meine Sound-Termilität noch sehr laut. Da bekam ich irgendwie Prod, natürlich nicht. Was ist denn das Bär? Äh, 5-P2-0. Deswegen muss ich jetzt da ein bisschen jeder machen. Also was für Menschen. Mal auf eine Pickle, brauch ich noch Ahnung. Äh... P-Ress. Mh... Hätte ich machen müssen, ne? Poh, 4-0. Armed-Termilität so laut für einen F-Level gespart? Holy shit! E-F-E-2 ist ja so OP. Äh... Bit Amplicking? I-F-E-2 Amplicking. und meine Eisenpick gewandt, wo kann ich jetzt die Maske selber machen. Das ist immer geil. hat der Lichter eigentlich gespielt für zwei ein Spiel ja 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 aber das ist gesperrt das ist gesperrt fürs nächste dann gelb also gelb gelb halt der Karte 5 gelbe muss er noch die zwei spielen ja aber ich sag das macht er weil bei uns ist halt eine kritische Phase und eingewechselt das 12 mal ja ich will erst mit zwei level weil ich will was zusammen der geht jetzt in die brokert ja was ist denn jeder scheiß ja so teuer fast ja neul kostet irgendwie ne millionen oder so der in Form von deich liegt bei 50 der Trailblazer kostet auch irgendwie 350k oder so sorry produktive folge auf jeden fall es kann nicht sein ich sag dir auch Leute Dicke, äh Kanavaro Dicke nehmen jemanden wie Edna Militao ist voll geil das Spiel Dicke, das ist so gut ich hab mir vorstanden sogar tschüss tschüss